Ja, liebe Freunde, heute ist der Antikriechstag, ist der Tag, wo vor 71 Jahren die deutschen Faschisten Europa in Brand stecken. Ich war ja Soldat geworden und dann hatten wir ja einen Führerbefehl vorgelesen bekommen, wir kommen noch von den Angriffen, das hieß dann ungefähr so, der sowjetische Soldat ist nicht der feindliche Kamerad. Also wir waren in einem Land, wo wir, wie man so schön sagen konnte, hausen konnten, wie man wollte. Wir sind dann auf die, war man später dann Rote Armee nannte, wir sind da auf die Rote Armee gestoßen, also die dann uniformmäßig anders aussahen, als wie die, die wir überrannt hatten. Die hatten weiße Hemden über sich, weiße Hemden, und die hatten so, wie die Oma Schlafmützen, so Jürgen Dröntgen, und das war hoch und da sah ich den Sowjetsta. Ich sah den Sowjetsta und wusste in dem Moment, das ist doch Ivan. Und dann sind wir ja nur noch im Rückmarsch gewesen. Hatten wir bald hier Verluste. Wie wir dann von Richtung Köln nach Aachen kamen, über die Brücke, blieb der zu stehen, hatte keine Einfahrt. Ich hab mich dann aufgerichtet und hab dann von da oben von der Brücke aus nach Aachen geschaut und sahen noch Trommel. Und da hab ich geheult. Weil ich nicht hatte im Kopf, was hast du hier gemacht? Wir haben uns ja vorgestellt, wir kommen eines Tages als Sieger nach Hause. Da ist eine große Parade und alles und wir werden als Helden empfangen. Und jetzt haben wir vor Verbrechersystem gedient und finden unsere Heimat zu stehen. Aber, dann kriegte ich Arbeit. Ich konnte dann arbeiten gehen nach Engelberg als Kriegsversehrter. Dann in der Produktion arbeiten. Wo, wenn einer so groß geworden ist, wie wir damals, in der Peterstraße, Sankerstraße, diese vorherrenden Wohnverhältnisse, wo dann sagt man nicht mehr, ich will halb halten. Dann sagt man, ich will jetzt die ganze komplette Hand haben. Wenn Nachmittag irgendwo in Düsseldorf um 18 Uhr eine Kundgebung war, da haben wir geschaut, dass wir da hinkamen. Auch wenn wir am anderen Morgen wieder um fünf oder um halb fünf aus dem Bett mussten, um zu arbeiten. Und die größte Bewegung war die Antikriegsbewegung, wo wir dann auch als Gewerkschaften mitmachten. Und dann hatten wir hier in Aachen und überhaupt in der Bundesrepublik die Parole aufschieben, ohne mich. Und die großen Kundgebungen, 51, Jugendkarawane, die damals war nach einer Essenen-Jugendkarawane, Philipp Müller erschossen wurde, standen alle unter dem Zeichen, keine Wiederbewaffnung. Und dann helft mit, dass niemals mehr ein Faschist durch Aachen marschieren kann und andere Menschen beschimpft, beschuldet, weil sie vielleicht anders aussehen wie andere. Die Menschenrechte ist das höchste Wut des Selbstwertes. Ich danke euch. Vielen Dank. Vielen Dank.